Ich hab mich vielleicht einer instackelt, dann hab ich alle aufgeholt. Also wir haben alle, also ich hätte meine am ersten Tag alle fertig. Ja, schön. Ich muss kurz das Fallimode, das aus dem Winterkalender jetzt ändern. Und ich muss WhatsApp auf dem PC neu starten. Ich hab WhatsApp nicht mehr auf dem PC. Ich auch nicht. Aber es wäre gut, hätte ich es, weil dann müsste ich nicht mein Handy greifen. Hast du nicht so eine tolle Handyhalterung? Oder dein Handy zu den Hinsicht? Ich könnte an meinem Mikrofonständer eine Handyhalterung anbauen oder mir meine zweite Gaming-Tastatur und da kann ich das Handy sogar reinstecken. Ja, ich hab nur so eine Induktionsladung bei mir, aber ich würde mir gerne so einen Arm kaufen. Aber das ist eigentlich so nicht möglich. Soll ich es überhalten. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ok, sie ist hier gerade raus gegangen und ihr hättet, ein Robi genommen. Ok. Ike? Ja? Wie geht es dir jetzt noch eine Runde auf? Ich sprinte schon dabei. Sehr gut. Habt ihr mitbekommen, was es mit dem 8-Ball-Skin ist? Ja Mit der weißen Version? Wenn du die weiße Version davon hast und die Aufgaben in der neuen Woche machst, soweit ich weiß Dann wird die immer schmerzen und dann kriegst du einen neuen Skill dafür Wer hat erzählt, dass das ein Bug ist? Das meinte irgendwer mal, als das gerade drunter Ja Ah, ok Warte mal, dort oben sind die Sturmtruppen, also müssen wir Retail gehen Ja, ist gut Ihr könnt noch zu Steamy Stacks gehen Könnt man auch Hahaha Ne Ich lande mal in dem Haus Dorte Wegen Lichtschwertern Da haben wir vielleicht bessere Möglichkeiten Ja, ich versuche hier in dem Haus zu landen In welchem Haus allein mit Ike jetzt? Hier kommt doch gar keiner mit hin Mach das nur meins, wenn Ike in dem landet Das ist komisch Ja, oder die sind halt wesentlich später rausgesprungen Ja, oder das Ich hab den Sniper Darf ich den haben? Nein, ich mach die Aufgabe für Farmboll noch schnell fertig Ich muss den lassen, aber nicht die Aufgabe Ein Sturmtrupp dann auch auf das über 100 Meter Entfernung Ja, ja, das krieg ich mal hin Wenn ich mich hinstellen, wenn da oben steht einer Würde ich ihn treffen? aber die machen schaden ich bin nicht so weit oben ihr habt die weggelockt jetzt kannst du die sniper haben ja ich komme warum habe ich hier zwei mps, die blaue reicht mir doch vollkommen aus liegt dann hier unten oha hier ist halt wirklich niemand ich werde abgeschossen soviel dazu vom sturm troppler oder vom normalen spieler soviel dazu ich habe hier übrigens gerade was gefunden was denn wir fragen was nicht schmerz ich frage mich was ben wenn er hat also eigentlich lass das rot immer liegen und ja ok passt zu meinem outfit ja ich meine ich würde es auch nehmen aber was ist medikit und pistole wir brauchen noch diese steinschleuder melvin denk dran entweder machen ich oder melvin die fettig dürfen wir nicht vergessen wenn ich sie finden würde wenn ich sie finden würde oh steinschleuder war tatsächlich mal die ersatz für die platt gerade gefunden ja melvin hat eine schmerz und nicht die munition sinnlos verschwenden mach ich doch nicht wo waren jetzt die lichtschwerter die liegen da game oh hier wird geschossen da wo waren die lichtschwerter wo waren die lichtschwerter da ja ich glaube eilig schmerz ha hier ist noch ne lichtschwerterkiste ja wow was war das denn? war das ein lecker? hallo hallo wir haben zeit wir sind so nah dran wir können das boot nehmen warum sollten wir das boot fahren bootstour bootstour ich geh nochmal hier war hier schon einer in dem gelben haus? äh welchem gelben? wo ich jetzt gerade bin ne ich hör noch kisten, dadurch such ich hier mal ne runde ich hör ein boot das ist benny warum ist diese mode so scheiße laut? ja? hab ich auch gerade gefragt das mode hört man safe über die halbe körte ich muss mal irgendwas holen entsaft hörst du das? ich hör das hier hinten noch ich hör das auch und zwar richtig laut oha ok ey was ist falsch bei euch warum sind deine modes allgemein so laut? hä wieso? ich hör hier hinten alles alles was du machst hör hier hinten ja das hör ich auch bei mir was? ja ich auch und du bist hörst du meine modes auch? ja ne nur äh melven sein und der ist 87 Meter weg melven du sollst doch nicht hacken ich hack mich ich bin einfach alter ja steig mal aus dem boot aus und jetzt mach mal jetzt ist nichts mehr ja das ist das boot safe oh mein gott damit locke ich ja meine gegner an ok das ist äh interessant wer hätte das geschenk gefunden gerade? ich und das war ein fucking jagtgewehr haa hab auch ein geschenk welche farbe? blau es gibt ein jagtgewehr nur maximal in blau oh äh lila ne pump äh gelb äh gold ne pump was mit deinem rollen pump? darf ich haben? oh 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 ja ike ich hab gesagt wir sollen uns beeilen du ne mi 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 Freitag in der Zone da hier sind Fischis für euch in der caution haben wir das mit die dass die das ist die 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 Heike, der Gegner an. Nee, ich tu jemanden einen Kackensturm. Ja, ich tu jemanden einen Kackensturm. Ja. Du sollst mich shiften. Nee, ich drücke nicht, ich schifte die Kacke. Nee. Warum drückst du deinem Schiff, wenn du kackst? Das liegt mich nicht in meiner Natur, sorry, das ist nicht so meins. Ach so, so bist du nicht normal. Weißt du, was ein cooles Feature ist? An dem neuen Winter-Tagebuch-Ding da? Welches? Wenn du das Lagerfeuer über 20 Minuten anschaust, was ich weiß, kriegst du XT-Boost. Warte mal, was? Wenn du das Lagerfeuer 20 Minuten? Wenn du das Lagerfeuer über 20 Minuten anschaust, gibt es einen XP-Boost. Über die Runden dran. Okay. Das ist das, was ich weiß. 20 Minuten, ne? Ja, ja. Wie lange brennt sowas? Nein, nicht so ein Lagerfeuer ingame. Das Lagerfeuer in der Hütte. Ach so. Toll. Was du da angucken kannst. Ja, ja. Ich meine, es ist an sich auch nötig, aber es ist immer cool zu wissen, finde ich. Was war da drinne? Legendäre Shotgun. Okay, ich hab ne legendäre Taktische. Ich hab noch gar nichts legendäres. Haha, da hinten. Aber mystisch. Du hast doch ein Lichtschwert. Ach ja stimmt. Ich wollte auch weiter sagen. Kann doch gar nicht sein. Da hinten wird es gebaut. Haha, ha, ha, ha. Ja? Oh, geschenkt. Oh! Was hast du bekommen? Goldene Sniper. Krieg ich die? Krieg ich die? Hey! Haben! Will! Haben! Krieg ich die? Krieg ich die? Ich hab noch gar nichts goldenes. Krieg ich die? Krieg ich die? Meven! Kann einer haben, welcher kann haben. Hast du die grad für mich? Oh nein! Bummelech. 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 Dornig. Ernsthaft Eich. Hast du beides? Hast du beide genommen? Ne, ne. Meven hat die andere. Ach so. Ernsthaft Eich. Ja. Die da hinten haben Lichtschwerter. Natürlich haben die Lichtschwerter. Mit ner Sniper hätte ich vielleicht ein Schwierungs. Mit jeder. Ja. Die kämpfen aber schön gegeneinander. Ich glaube hier vorne sind Leute, weil hier stehen elendig viele Schneemänner. Ne, die stehen dort immer. Ja. Ja, aber das Haus ist offen. Ey, ernsthaft? Ich schieße! Was? Ich bin komplett defused, äh, confused geworden. Hier ist ein Sniper. Blau. Ich glaube Benni ist gerade eingeschnappt. Der hat mich geärgert beim, äh, Snipern. Hmm. Maven da ist noch ein Schildrank. Ne, nicht das. Das da. Da hinten sind welche am fighten. Aber wo sollen die anderen sein? Ähm. Hier hinten noch einen, den könnte ich... Naja, der ist... Da hinten beim Airdrop sind auf jeden Fall welche. Da hinten, da hinten könnte noch... Die erste Aufgabe fertig sein. Da hinten, wo ich markiert habe, könnten noch welche sein. Hmm, ja, ich schaue gerade. Da sind... Da unten! Da unten sind welche. Beim Wasser. Ja. Oh, Benni, jetzt ist mal genug, ey. Puscht in unsere Richtung. Ja, 116 erschiltet. Ui. Komm, heb deinen Kopf, heb deinen Kopf. Schade. Pass auf, der Ener hat ohne Sniper. Muss das deinen Kopf bewegen? Ich will dich doch auch nicht. Nein, nein. Ja, die müssen eh zu uns kommen. Digga, wie baut der denn? Ja, wow. Wenn die Leertaste nicht funktioniert. Ich hab halt nur ne Nahkampfwaffe. Nee. Ich hab vorhin meine Leertaste abgebaut und seitdem geht die nicht mehr gut. Och. Pass auf, die Schneewelle machen, verdammt die Schaden. Ach, Mann. Ich bin froh. Was? Hinter uns ist ein Aufwärtsch. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, komm, Anfall. Headefack mit 14. Headefack mit 14. Headefack mit 14. Headefack mit 14. Mann. Ja, hinter uns. Ja, wow. Schneeball. Komm, Alter. Komm, da. Ey, was ist das? Ja... Moin. Servus. Scheiße. Alk, die hat so ne Entfernung nicht. Die rüßt nur mit wirklichem Lack im Perfekt. Ja komm, schieß mich halt an. Schade Schokolade. Ich muss mich zügeln. Sehr zügeln. Ich geh ganz kurz, sorry Lobby.